General Towns versus General Alexander. Your rush tactics won't work on me. Welcome General. Are you ready to begin? Ja, da muss ich anders angreifen. Die kommen nämlich mit Hubschraubern, sonst scheiß. Oh, what's that sound? And look, there's a light in the sky. Hmm, I wonder... Oh, dear. I am sorry, General. But that's just how I like to say hello. Well, good luck, General. Lay in the foundation. Go for it up. Und da ist eine. Und da ist halt ihre Base. Und das ist eine richtig schöne Inselweb, das heißt, ich komme hier gar nicht so rüber mit Panzern. Let's build. Good area. New construction finished. Bring on the scaffolding. Kohle habe ich genug am Anfang. Oh, you're still here, General. I'm impressed by your determination. Let's dance. Good for you. You can build a barracks. So, Küste wird auf jeden Fall, äh, ein paar massive Möglichkeiten sein. So. Okay, das ist zu nah. Have a job for me. Dann machen wir so. Upgrade complete. Lay in the foundation. All finish. Bring on the scaffolding. So, jetzt aber. Good. Clocked in. Upgrade complete. On the job. Gut, dann haben wir die Küste auf jeden Fall gut gesichert. Da ist ein Artie-Geschütz. So, was ich auch weiß, sie kommt gerne vorne hin. Kommt gerne hier hin und will auch die zerstören. It's looking a little dark in your base, General. Go it up. There's my take off, man. Building capture complete. The building is captured, sir. Capturing oil, Derricks, are we? Well, I'll let you have that one. Das ist nice. Gut. Dann können wir da einen hinschicken, der das einnehmen möchte. Let's take the building. Let's give them an airship. You may think, I'm hiding. But I'm really just planning. Let's build. Made in the USMA. So. Ready for action. Heading out. Have a job for me. Ich glaube, defensiv bin ich dann gut dabei. Go it up. Yep. Let's mix it up. Gucken wir mal. Wir sind sehr effektiv. Erstmal was für Panzerbau. Okay, das ist bei denen General aber normal. Dass die halt massiv angreift. Ich muss das Geschütz unbedingt zwingend wegkriegen. Wegen pass. Roger that. We'll take this area. Yep. On patrol. A war factory. You're seriously going to attack me, aren't you? It's about time. So, wogegen sind die stark? Base defense. Immer was zum Verlocken hinschicken hier. Wegen als erstes, was ich hier niederkriegen muss, sind ihre Flughäfen hier. Wo ist der Flughafen? Da. Ja. Das ist gut. My greatest superweapon is my brain. Wouldn't you agree to? Any more projects? That one's done. Army's elite. Die kann ich sammeln? Die kann ich brauchen. Bring on the scaffold job for me. Good area. Laser Crusader ready for engagement. So, your overall strategy is to bore me off the battlefield. Laser Crusader ready for engagement. Aircraft targeting ready here. Analyzing terrain effects. Jetzt müsste eigentlich schon Beine erreichen, um das einige Schütze hier zu kriegen. Unit loss. General, our base is under attack. What's the story? Right here. I'll build anywhere. Crusader tank responding. So, das sieht doch schon mal nett aus, ne? Machen wir den hier. Und den hier. Ist ja nur einer und da die Artie, ne? Und da ist auch einer. Gut. Wäre jetzt erstmal nur da hin. Yeah. Yeah. Gut, der möchte immer den zerstören. Das kriege ich hin. Das finde ich okay. Gut, der ist gut, gegen die Raketen abzuwehren. Das ist nice. Das ist jetzt interessant. Wenn ich den jetzt hier hinsetze, müsste ich dieses Geschütz doch da wegkriegen. Everything seems to be going my way. Need a point, man? They're attacking our base. Unit lost. Let's build. Tactical lasers online. Bring on the scaffolding. Scanning for enemy aircraft. Laser crusader ready for power flowing. On your command. Building capture complete. Das möchte ich weghaben. I want you not to underestimate me. Army's elite. Tactical lasers online. Crusader tank responding. Let's greas them. Targeting. You get out of my base, General. Don't think we're ready. Laser crusader ready for power flowing. Klar, der nicht. Brauche ich zwei von denen. Want to make some improvements? General, our base is under attack. Attack, take a new position. Headin' out. Tactical lasers online. Unit lost. Always prepared. Army's elite. Laser crusader ready for invasion. I've been analyzing your tactics and I'm just amazed. On the go. Do you even have any tactics, General? Ready for action. So, die Partikel-Kanone kann ich kriegen. On your command. Release the energy bar. Unit lost. Da ist noch einer. Und das think she's so glider drauf, oder ne? Ja. Aircraft targeting ready. Confirmed. Advancing. Musstiger da hin. Your tactics are hardly sporting, General. Our base is under attack. Defensive laser systems. Let's give him an airship. Aircraft targeting ready. Confirmed. Defensive laser systems. Unit lost. Was ist das? Targeting cursor set. Confirmed. Human airship. Analyzing terrain effects. Confirmed. Das müsste normalerweise reichen. Not to underestimate me. Flying high. Little air show for our fans out there. Wird jetzt abgelenkt. Dann können also jetzt angegriffen werden. Let's build. Going up. Das ist jetzt meine Partikelkanone. Die dauert natürlich jetzt. Unit lost. General, our base is under attack. Yeah. Bring on the scaffolding. Yep. Komm, Angriff. Das ist okay. Die verteidigen hier. Die verteidigt sowieso. Fallschirmspringer werden, glaube ich, gar nicht mal so nice. Wenn wir die, glaube ich, als nächstes forschen. Oh, hier nur ein Heli? Wurde der andere abgeschossen oder was? Ready for action. Armies Elite. Take the building. Delivery General. Boy, das ist ja hoffentlich dazwischen. Ja. Geht doch. What do you got? They're attacking our base. Unit lost. This is our territory. Gut. Dann haben wir die fertig. Let's build. Oh, can't do that. Can't do that. Bring on the scaffolding. Da hinten bitte. What's the story? Let's build. Let's build. Let's build. Let's build. Let's build. So, dann haben wir doch hier irgendwo bestimmt noch ein paar Sachen, die mich vielleicht interessieren sollten, zu reparieren. Let's build. Ich glaube, dass du hier die richtige Sicherheit hast, um zu sein zu sein. Unit verloren. Neue Konstruktion? Bring on the scaffolding. Always ready. Made in the US Foundation. That's quite a base you have going there, General. You did remember to space out your buildings to avoid weapons strikes, right? There's a takeoff, where are you coming from? Perfekt. Gut, das hat gereicht. Die Zweierbombe haben auf jeden Fall gereicht. Sieht sich ein bisschen. High-speed bomber ready for takeoff. On patrol. Dein Patrol mal lieber hier. Our base is under attack. Lay in the foundation. Bring on the scaffolding. Wie gesagt, dir gleich immer das an. Das ist so schön. Ja. Good area. Lay in the foundation. We are waiting for you, General. What's keeping you? What's keeping you? Radar won't pick us up. Passing overhead. Supersonic aircraft. The best training is complete, Sir. Upgrade complete. Yep. Die reichen. Aurora in flight. Bombing bays cleared. Bombing bays cleared. You may think I'm high. General, our base is under attack. But I'm really just planning. Congratulations, General. You have been promoted. The new drone armor has been installed. Avionics online. High speed bomber ready for takeoff. So, das sind unsere Chirurgen. Delivering payload. Aurora in flight. Target confirmed. Army's elite. We'll take it from here. Need a point, man? Army's elite. Let's change the day credit for action. Search and destroy. Need a point, man? Patrolers! You don't know, what to expect from me, do you? I ate all night, sir. We control the skies. We're breaking the sound barrier. Bombing bays cleared. What's wrong? Composite armor installed, Sir. We have their building. äh einer reicht glaube ich da ist nochmal chirurgischen eingriff drei chirurgische angriffen Wunderbar. So, so, so. So, chirurgischer Eingriff läuft. Unit lost. Gut, dann können wir da gleich vernünftig angreifen und da richtig Gas geben und dann haben wir auch gleich fertig, ne? So, dann kriegen wir noch einen Flughafen hier hin. Gut, so, ich habe ein paar Auroras verloren, aber dafür sind die Flughafen frei, oder? So, dann machen wir noch eine Partikel-Kanone. Schön sieht es nicht aus, aber es funktioniert. So, ich möchte gerne landen. Aber wo möchte ich gerne mit meinen Infanteristen landen? Ich glaube zwar nicht, dass ich hier irgendwie hinkomme. Ich glaube nicht, dass ich hier eine Partikel-Kanone habe, aber ich bin derjenige, dass ich eine Partikel-Kanone habe in diesem BATTLEFIELD. Upgrade complete. Unit lost. ...Avionics onlines. ...Delivering payload. Unit lost. Upgrade complete. Special Forces here. Armies elite. You have no respect for all of this property. We'll take it from here. Need a point ma'am? Meet your new owner. Training for action. Unit lost. Ticken charge. Need a point ma'am? Let's change the decor. Special Forces here. Das war aber mal ein effektiver Angriff, oder? Einfach mal die Base quasi übernehmen. Was ist die Geschichte? Sie sind immer bereit. Eine gute Gebäude. Willst du ein paar Veränderungen machen? In den USA. Bring on the scaffolding. Aurora in flight. Ich analysiere deine Taktik, und ich bin einfach überrascht. Hast du überhaupt keine Taktik, General? Passieren über die Hände. Bombing phase, bitte. So. Jetzt machen wir den noch langsam nieder hier, oder? Immer Aurora nachbauen. Wegen das sind unsere favorite Waffen. Let's build. Can't build this, sir. Gut, das passt. Are you rethinking the wisdom of attacking me, General? Unit lost. Let's take the building. Ready for action. Taking charge. Aurora in flight. Ready for takeoff. Upgrade complete. Unit lost. Target confirmed. Radar won't pick us up. Discharging munitions. Das hat nicht gereicht. Next thing. Nice and sweet bomber. anha can you fill. Can you war to prevent you from saying that? I'll warn you not to underestimate me. Unit lost. Push the envelope. mein gott werden sie alle abgeschossen so man selber kaputt ist ja lustig wenn jeder durchkommt probieren können wir es so die zeit für ihn läuft ja ab so da werden die alle abgewehrt oder auch nicht mehr immer direkt missionen wieder fliegen immer weiter missionen fliegen so dann ist doch alles bald hier fertig abgewehrt oder so wenn dann da eingenommen ist können wir dann auch verkaufen ein paar dicke kanone ist fertig so haben wir gleich alles gut so einfach mal alles einnehmen hier kann ich schon machen da einfach patrillionen so machen kann da nichts mehr ne bomben greift den an geht das oder muss ich den erst abreißen so da haben wir ein baufahrzeug auch einnehmen das stört baufahrzeugen haben wir gewonnen das ist doch nett oh nein ich bin rausgetappt haustappen könnte das spiel zum abstürzen bringen wo ist denn da irgendwas was ich zerstören muss muss ich noch irgendwo was zerstören was muss ich denn noch zerstören ja da ist doch nichts mehr oder die gehören die gehören mir so ist hier noch irgendwas muss ich tatsächlich das kleine ding noch zerstören geht doch endlich alle gebäude vernichtet boah das war krass das war krass das ist nicht fair eine andere superwebte und ich würde dich verletzen ja dann würde ich mal sagen wenn es dir gefallen lasst mal ein abo da bis zum nächsten mal ciao euer schrank die